So, und weiter geht's. The Sweet Spot. Okay. Ja, schauen wir uns mal an. Es war so klar, die Sterne! Wunderbar, ey, wunderbar. Ich finde, die wäre schwer. Aber, es sind coole Ideen dabei. Die es, glaube ich, im Hauptspiel einfach nie geschafft haben. Ja, immer replied, Thomas, alles technological. Alles. Was ist ihr runds硯? Ja. MPicht? Willst du mir jetzt hier auf den Sack gehen? Tschüss, Kollege. Du Schnell, gehst mir auf den Sack. Ähm... Ja? Ja? Moment. Okay. Das stimmt. Oder so? Ja. Ja? 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 Jo, und ich bin auch schon mal weg. Ja, das ist wohl dumm gelaufen. Ja, ja, ja. Aja, ja, 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 ja. Boah, Alter, wie viele Wolltchen haben wir so? Seid doch wirklich irre seid ihr. Was kommt jetzt? Boah, ich will den Scheiß nicht nochmal machen müssen. Ja, stirbt doch nochmal, Alter, jetzt will ich vorsichtig spielen. Boah, ich geh kaputt. Ey, ich geh kaputt. Schon kommt auch noch Bud Rayman oder irgend so'n Scheiß. Kann ich mir garantiert vorstellen. Boah, dieses ganze Eis in den Süßigkeiten, da kriegt man aber mehr, weil ich hab nicht halt so genug gegessen und nicht so voll von meinem Essen. Nein. Das war so klar. Alter, das ist nur ein bisschen fies. Ja, komm. Das wird's mehr, Alter. Ja. Was ist denn Energie? Zack, man. Und das hier? Geil so. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ich bin die Schirmer. Oh, nein... Oh, nein... Echt? wer bist du? aha ach so hm ey, seid mal ganz ehrlich verrückter, geht's doch wirklich nicht, oder? seid mal ganz ehrlich, Leute das ist doch eine richtig crazy Idee glaub ich darf mich zerquetschen oder so irgend so'n Scheiß ja Energie aha was bringt denn das? versteh' ich noch nicht egal, aber naja, komm mal sehen mal sehen was das bringt nein, 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 nein oh ich muss an den vorbei ich muss da rein ach so naja, komm dann gehen wir mal hier rein was ah oh ja 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 Oh, scheiße. Ah, okay. Okay. Sieht sehr schwer aus. Oh nein. Mach sie mal weg, bevor ich hier noch sterbe, ey. Ich hab gar keinen Bock drauf. Okay. Das war auch nicht einfach. Äh, nein. Okay. Merkwürdig. Merkwürdig. Und jetzt ist Schluss. Bitte, Schluss jetzt. Ja. Und noch so ein Level. Sie kennen die Armada. Die Süßigkeiten, Abi. Goldforst. Merken wir nicht. Die Süßigkeiten, Ali-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio-Azio. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, bewürf mich nach den Bomben. Nicht mit. Okay. Oha. Ah, ist ein bisschen... Ah, her damit. Ich lasse mich auch echt überall treffen. Meine Fresse. Ich bin ein bisschen macier. Äh. Was soll das jetzt hier? Hammerhart, hammerhart sag ich nur. So, wie ist es aus? Jo, geht noch. Was haben wir denn jetzt hier? Mr. Dark Stair. So, Retz. Hui. Eigentlich könnte ich schon mal ein kontinuieres Skin. Ich würde mich gerne voll sehen. Oh, warte mal. Drei voran. Hui. Ich glaube, ich hätte auch mal geworfen müssen. Verdammt mich mal. Okay, was solls. Oh, okay. Er hat den Buck Raymond geschickt. Och, nee. Der schon wieder. Ich habe auch Raymond Luna gespielt übrigens, ja. zu 100%. Ich hoffe, dass wir dann immer mal noch mehr zum Mr. Dark erfahren. Das wäre cool. Schlüssel. Schatz. Sie waren gespannt wie es hier ist. Ah, wer ist sie denn? Es guckt doch böse. Das ist ja auch lustig. Hier wurde das Gehen ein bisschen manipuliert. Die Wurde. No, fröhnen! Ja, das war's. Hier kommt er. Ja komm, Bonbon. Das ist echt nicht sterben, weil nämlich hier kein Checkpoint ist. Alter. Ruhe. Wir gehen weiter. Jetzt gibt's Checkpoint, ich will fahren. Renn, renn. Oh, Neusel. Das kenn ich ja noch gar nicht. Wo ist er? Nein, er hat mich berührt. Aber das kenn ich noch nicht. Nee. Auf da. Hier ist auch Käfig. Was? Das finde ich... Gefällt mir vom Design. Oh nein. Muckeschneine. Richtige Bossmucke. Ich glaube, ich muss da irgendetwas ausüben. Weißt du nicht was? Das war's. Sehr gut Ein Gew sıklaamo, Mensch. Verkommen ein Nic. Ich war's. Das war's. Dad, ich hatte einen Busch. Alle krなので das deine Konstruens-T sortie. Und? Ah Vanessa? Schnell weg! Ach du Kacke! Was zur Hölle! Okay, 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 okay! Das ist schwer gewesen! Uiuiui! Du bist zu klein, Raymond! Ich bin wie du! Ich muss diese Zeit mit dir! Ah, okay! Okay! Ihr wisst ja was das heißt! Also, ich brauch's jetzt nicht in unbedingt übersetzen! Oh, ist so viele Treffer! Das ist Storm! Ja komm, Mr. Scorps! Nein! Und jetzt? Nein! Alter, was ist das für ein Boss? Äh... Okay! Hab ich ja noch nie gesehen! Das hab ich noch nie gesehen! Ich bin so! Neee! Ich komme aus Schöner! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Und dann wo er mal kommt! Das ist nicht schlecht! Ich bin so schnell! Aber es wird auch gelungen! Scheiße. Mann Fuck man Hallo Das ist auf jeden Fall schmoller, der Anfang Ey, so viele Treffer Nein Ach, wenn der mit dem Schuss fertig ist, ich verstehe Okay So, was ist das? Na gut, der ist Alter Okay, ich war schon mal bis zur Mitte Oh Ich glaube, ich mache mal einen Schnitt Das ist das Ich bin der Fall Ich bin der Fall Ich bin der Fall